Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier und heute habe ich mir überlegt, bin ich mal nicht ganz der Letzte mit einem neuen Duft, habe relativ zeitnah zugeschlagen und möchte ihn euch dann auch heute präsentieren nach einigen Tagen des Trages. Ich labere gar nicht lange drum herum, ihr habt es ja schon im Titel und im Thumbnail gesehen. Es geht um den neuen Raban One Million Gold. Da ist jetzt nur noch Raban und nicht mehr Paco Raban. Oder auch Eau de Parfum Intense, glaube ich, den haben wir hier einmal. Und ich habe hier so ein bisschen hin und her überlegt, soll ich mir den kaufen, soll ich mir den nicht kaufen. Wir haben ja jetzt einige neue Sachen auf den Markt bekommen im Designerbereich, die interessant sein könnten. Ja, Victor & Rolf, Spicebump Dark Leather beispielsweise oder auch von Chanel. Das finde ich noch sehr interessant, diesen Allure-Aum-Sport, ich weiß nicht, was der Name soll, Superlegara oder irgendwas dergleichen. Das ist furchtbar. Dann haben wir noch von Muglet den A-Man Phantasm. Der war auch schon bei mir im Warenkorb drin, ich habe ihn dann wieder rausgeschmissen. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich die kaufen soll oder nicht. Oder, oder, oder. Also es gibt ein paar interessante Sachen. Ich habe mich letztendlich hier für das Teil entschieden, weil ich zugeben muss, ich finde den UR One Million jetzt nicht so schlecht, auch heute noch. Ich habe von dem noch ein, zwei Pröbchen irgendwo rumliegen, die ich ganz gerne mal trage und mir so denke, eigentlich ist der geil. Aber zur damaligen Zeit, das war meine Jugendzeit, einfach zu Tode getragen. Alles und jeder hat danach gerochen. Man konnte es irgendwann nicht mehr, man wollte es nicht mehr. Es war der typische, was weiß ich was, doof so. Ich habe da echt auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Und habe dann in den letzten Jahren so diese ganzen Flanker nicht wirklich verfolgt. Bis auf, ich muss sagen, ich fand den, den Privé, One Million Privé, fand ich ganz spannend. Und den One Million Lucky finde ich bis heute auch noch sehr, sehr spannend. Ich habe mir den aber noch nicht gekauft. Ja, weiß nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, den One Million Gold, den hol zu dir. Der scheint ja einfach nochmal den UR One Million zu bringen, nur auf den Stand der aktuellen Tage gebracht. Und ich fand den einfach interessant. Und hier ist der und möchte euch einfach meine ersten Eindrücke hier einmal vermitteln nach ein paar Tagen des Tragen. Ich habe den echt intensiv getragen. Ich habe ihn auf der Hand getragen. Ich habe ihn auch jetzt nochmal drauf. Ich bin heute Morgen aufgesprüht. Und ich habe ihn in den letzten Tagen getragen. Ich habe ihn früh getragen. Ich habe ihn im Fitnessstudio getragen. Ich habe ihn auf Arbeit getragen. Ich habe ihn zum Einkaufen. Das war mein Duft für alles. Und deswegen so meine ersten Eindrücke. Ich würde sagen, wir starten einmal los. Wir können beim Preis anfangen. Der ist ordentlich. Die 50 ml, zumindest auf der Seite von Paco Rabanne. Ich habe mir das vorhin nochmal rausgesucht. Also unter 100 Euro geht da im Grunde genommen gar nichts. Und dann der 100 ml Flakar. Der ist dann glaube ich schon bei irgendwas in die 130. Genau, 100 Euro. Die 100 ml sind bei, das wird nicht schnell, 133 Euro. Ich habe auch vorhin nochmal geschaut bei Nutino. Da gab es dann die 100 ml für 110 Euro. Alles in allem relativ teuer. Ich habe natürlich nicht den vollen Preis bezahlt. Ich habe für das Teil bezahlt ziemlich genau. Ich habe gerade nochmal geschaut. 74 Euro und 66 Cent für diesen 50 ml Flakar. Es ist okay. Es geht natürlich immer günstiger. Ich gehe mal davon aus, der wird auch im Preis im nächsten halben Jahr, wenn überhaupt zu lange deutlich fallen. Aber ich habe sicherlich nicht den vollen Preis bezahlt. Das muss nicht unbedingt sein. Und das zum Preis. Flakar Design ist halt, ja, das übliche, was man halt kennt, ja, von, aus diesem One-Million-Universum, sage ich jetzt mal. Dieser übliche Goldbarren hier hinten ist einmal durchsichtig. Oder man sieht zumindest die Flüssigkeit. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen war. Ich habe das gerade nicht so gut im Kopf. Aber das ist auf jeden Fall sehr üblich. Was mir jetzt nicht so gut gefällt. Was wir auch von den älteren Sachen kennen. Alles Plastik. Alles relativ billig hier aufgebracht. Es hat Lücken. Es hat Spiel. Es klappert. Ich finde hier vorn drauf, dieses, was auch immer noch sein soll, so gestaltungstechnisch ganz schön. Aber irgendwie wäre es cooler gewesen, wenn dieser Ring tatsächlich lose gewesen wäre. Und man hier zumindest irgendetwas gehabt hätte, was den Verdacht von, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, erweckt hätte. Aber das ist auch einfach nur aufgesetzt, aufgeklebt. Und das ist, weiß ich nicht. Ich fände es auch irgendwo charmant, wenn man einfach diesen Goldbarren aus einem kompletten Glas bringen würde und einfach an dieses Glas dunkelgelb einfärben würde oder so. Ich glaube, das wäre schön, weil das Glas ist relativ massiv, relativ schön. Und es fühlt sich auch generell schöner an, wenn man einen massiven Glasflakkan in der Hand hat. Aber hier dieses ganze, weiß ich nicht, Plastikzeug. Ist nicht ganz so cool. Die Box kann ich euch auch noch zeigen. Die habe ich noch nicht weggeschmissen. So sieht die Box dann aus, von der ganzen Sache. Es reflektiert sehr stark, weil ich noch die Folie drauf habe. Deswegen aber, ja, ist jetzt auch nichts Aufregendes. Kann dann jetzt... Ich habe mir extra den Stuhl hier hingestellt, damit das auf dem Stuhl stehen bleibt und ich... Naja, es ist, wie es ist. So, was uns interessiert, ist der Duft und ich habe hier auch noch die Pakuraban-Seite offen und die Duftpyramide zumindest offiziell sehr spartanisch gehalten. Mandarine, Zedernholz und Sandelholz. Ist jetzt nicht so viel. Ich habe auch geschaut, bei Fragrantica habe ich noch nichts gefunden. Und bei Parfumo ist diese Duft... ...die Duftpyramide sehr ähnlich, nur dass noch Gewürze mit drauf sind. Aber wie riecht das Ganze? Ich möchte hier nochmal sprühen. So steuerbearbeitet gut. Da kann man echt nicht meckern. Und ich erkenne hier auf jeden Fall die ursprüngliche One Million DNA heraus. Diese richtig schöne, fruchtige, saftige Mandarine, die wir auch aus dem Ur-One Million kennen, die ist hier dabei. Diese richtig geile Kopfnote. Ich finde, noch ein bisschen frischer, noch ein bisschen locker leichter. Man könnte fast schon ins Sommerthema gehend meinen, aber nicht zu früh freuen. Ist hier dabei und er wird dann nicht ganz so süß, er wird nicht so schwer, er wird nicht so pappig und hat auch nicht ganz so diesen Kaugummi-Akkord. Also gerade zu Anfang entbehrt er fast jeder Süße, sondern bringt eben nur diese Mandarine, er bringt diese Strahlkraft, diese Frische, dieses wirklich teilweise auch schon Saftige nach vorn. Nicht so hart natürlich, wie ich es mir gerne wünschen würde. Das geht auf jeden Fall besser, aber wir müssen immer schauen, wo wir uns hier bewegen. Aber sehr, sehr schön erinnert mich sehr stark an One Million. Und bleibt dann überraschend, zumindest vergleichsweise frisch. Er wird, wie eben schon gesagt, er geht nicht so sehr in das Verspielte rein. Er bekommt auch einen leichten, mich an Kinder-Kaugummi-irgendwie erinnernden Dufteindruck mit dazu. Aber er verliert sich nicht ganz so in dem pappsüßen, quietschigen Party-Jugend-Duftthema. Sondern bleibt überraschenderweise relativ, relativ immer in Anlehnung an seinen Namen betrachtet, relativ seriös. Und bekommt einfach dieses schöne Holzige mit dazu. Das will man bei der Duftpyramide auch erwarten. Und er hat dieses sanft, cremig-warme Wasser mit einbaut. Was ich persönlich sehr, sehr charmant finde. Alles in allem, er kann sich nicht ganz widersetzen und muss trotzdem so einen leichten Gaugummi-Süßen irgendwas akkord mit reinbringen, wo auch immer der Herr rührt. Ich meine auch, dass ich so einen leichten Zint mit herausrieche. Aber nur ganz leicht. Alles in allem, würde ich einfach sagen, das ist so der One Million, wie wir ihn kennen, ein bisschen entschärft. Und das ist so dieser Typ, der erwachsen geworden ist. Der One Million ist, meine ich, aus 2008 gewesen sein. Und das war meine Jugendzeit. Und das ist so der Typ, man erinnert sich noch daran, aber irgendwie, er ist seriöser geworden. Er hat es geschafft, sich eine ordentliche Hose anzuziehen. Er hat es geschafft, sich ein ordentliches Hemd anzuziehen. Geht auch einer seriösen Tätigkeit nach. Zumindest halbwegs, ja, man weiß es nicht so genau. Und bringt immer noch so ein bisschen den wilden Typen raus. Und er will immer mal noch hier und da auf eine Party gehen. Aber er bleibt gediegen, er bleibt im Rahmen, während der Ohr One Million komplett in die Pappsüße, alles drum und dran versunken ist. Hat er sich hier ein bisschen besser im Griff und wirkt tatsächlich ein bisschen erwachsener, ein bisschen ausgegorener. Und auf mich schon durchaus charmanter. Ich selber muss sagen, ich finde diesen Duft echt angenehm. Ich finde ihn tatsächlich auch schön. Ich muss dazu sagen, ich bin, das ist ja am Anfang schon gesagt, durchaus ein, na gut, ein One Million Fanboy ist zu viel gesagt. Aber ich bin der Duft-DNA zumindest grundsätzlich nicht abgeneigt, auch wenn ich sie nicht jeden Tag tragen muss, weil es einfach für mich immer noch zu viel ist. Also für mich ist das durchaus eine Veröffentlichung, die schön ist, die mir auch gefällt. Muss aber sagen, jeder von euch da draußen, der grundsätzlich diese One Million Duft-DNA ablehnt, auch nur im Ansatz. Wenn er irgendetwas im Ansatz dahingehend riecht und das ablehnt, ist das ja nichts für euch. Dann werdet ihr den nicht mögen. Wenn ihr generell so diesen, ja damit ist eigentlich alles gesagt, wenn ihr mit One Million nichts anfangen könnt, ist das auch nichts für euch. Wenn ihr grundsätzlich die Duft-DNA zum Kürzen findet, dann könnt ihr den ja auch vergessen. Aber wenn man dafür Sympathien hegt, so wie ich, und das einfach ein bisschen moderner, ein bisschen seriöser und auch mit dieser sehr schön gemachten frischen Mandarinenote am Anfang gern riechen mag, dann ist das hier durchaus ein solider Duft. Haltbarkeit Projektionen, muss ich sagen, bin ich mir noch ein bisschen uneins. Denn ich habe den bislang als nicht so besonders stark wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Auch die Haltbarkeit hat sich bei mir hart in Grenzen gehalten. Ich habe, wenn immer, wenn ich den gesprüht habe, nach einer bis anderthalb Stunden habe ich den an mir selber nicht mehr wahrgenommen. Liegt entweder an mir, weil meine Nase schlecht geworden ist, keine Ahnung, oder weil ich mit dieser Duft-DNA generell schon so fertig bin, dass ich die komplett ausblende. Aber auch auf der Hand. Ich habe den immer, wenn ich den getragen habe, mir noch nebenbei auf die Hand gesprüht. Und so nach vier, fünf Stunden war da nichts Sinnvolles mehr da. Er war noch da, keine Frage. Aber nichts Sinnvolles. Und ich habe durchaus viele Düfte hier, die ich auch nach vier, fünf Stunden immer noch in leichten Wellen an mir wahrnehme. Ich sprühe auch auf die Klamotten. Auch das hat nicht viel gebracht. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach Pech gehabt habe oder ob der noch irgendwie ein bisschen nachreifen muss, nachdem er durch das Sprühen ein bisschen Luft gezogen hat und ich dir nach zwei, drei Monaten genau das Gegenteil berichte. Keine Ahnung. Aber so für sich betrachtet, für die Duft-DNA könnte hier mehr gehen. Und auch, wenn ich so an die One-Million-Zeiten zurückdenke, an wie penetrant diese Brühe einfach war, wie verdammt penetrant der war und wie lange der gehalten hat, ist das hier schon deutlich drunter. So, das will ich auch einmal sagen. Sonst, ich finde den gut. Den Vollpreis würde ich nie im Leben dafür bezahlen. Wenn man den mit Rabatten kaufen kann, so wie ich, für diese 74, 66, ist das okay. Zumal ich das Ganze auch immer noch betrachte aus der Perspektive, ich will das hier auf YouTube bringen, ich will euch den zeigen, ich habe, das ist für mich immer noch so der Punkt, rein nur um den tragen zu wollen, hätte ich ihn ja auch für diesen Preis nicht gekauft. So ehrlich muss man auch sein. Ja, es gibt ja noch diese anderen Kriterien, weil auch vieles habe ich bei anderen Kanälen auch gesehen, ja, wenn es immer noch Leute gibt, die so dumm sind und das gleich zum Release kaufen und allem drum und dran, ja, das sind halt eben Leute, die sich auf YouTube mit Parfüm beschäftigen und die das einfach bringen für euch und die kaufen sich das dann auch einfach mehr oder weniger. Klar, man will den vielleicht tragen, der Sammler ruft eventuell auch ganz stark, kann natürlich auch sein. und dieser Punkt, ich mache YouTube im Parfümkreis und dann muss ich auch irgendwo versuchen, zumindest teilweise mitzukommen und ihr wisst Bescheid. Naja, hier haben wir das Teil nochmal, in der Hoffnung, dass die Kamera spitzenmäßig fokussiert, irgendwie der scheint so stark zu reflektieren, da hat man der Kamera nicht so wirklich Bock drauf. Komm, mach, so, ne, macht's ja nicht. Egal, ihr habt den vorhin gesehen, damit bin ich durch für dieses Video. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.